Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren, das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln, sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten. Ich verbitte mir diesen Ton. Bestimmt nicht. Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn, ey! Ich will Fägelein sehen, sofort! Verrat! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020